Timo West beendet seine goldene Karriere. Der Hockey-Olympiasieger will sich jetzt seiner beruflichen Laufbahn widmen. Der studierte Betriebswirt tritt im November einen neuen Job in der Immobilienbranche an. Sein letztes Länderspiel, das Olympia-Finale gegen die Niederlande. Das war mein letztes Länderspiel in London und ich denke, ein traumhafter Abschluss mit dem doppelten Olympiasieg, besser als es nicht laufen könnte. Neben den zwei Olympiasiegen in London und Peking holte West mit der Nationalmannschaft auch zwei Weltmeistertitel. Ein West bleibt dem Hockeysport allerdings erhalten. Sein jüngerer Bruder Benjamin spielt weiter bei Rot-Weiß Köln und feierte in London gemeinsam mit seinem Bruder den Olympiasieg.